So Leute, willkommen zurück bei Life is Strange und das hat im letzten Part auch Victoria feststellen müssen, denn wir haben eine ganz böse Sache gemacht und sie zum einen mal mit Wasser bespritzt und dann mit Farbe und jetzt haben wir dem Hausmeister Samuel ein ganz schlechtes Gewissen verpasst, weil er dachte, er sei schuld, aber wir müssen ja unbedingt ins Wohnheim. Sollen wir mal mit normal mit ihr sprechen, obwohl sie es eigentlich nicht verdient hat, wahrscheinlich reagiert sie auch total patzig. Schauen wir mal. Verspotten, trösten, wir trösten sie. Ich bin entschuldigt, das ist ein ganz schönes Cashmere Coat. Es war, aber es wird noch ein anderes. Well, du hast immer wissen, wie die richtigen Outfits. Ich habe ein paar Talenten. Mr. Jefferson hat mir gesagt. Ich habe gesehen, du hast einen tollen Augen, Richard Avedon-esk. Er ist ein von meiner Heros. Danke, Max. Ich hoffe, die sluts get mir eine towelte, bevor sie auf mir hangen. Ich hoffe, dass sie mir einen tollen Augen, bevor sie auf mir hangen. Du verdienst eine bessere Chance. Sorry für blockiert dich und das go-fuck-your-selfie. Das war mean, aber ziemlich lustig. Ich weiß genau, was du meinst, Victoria. Ich will dich später. Au revoir. Okay. Wir haben... ...diese Tat... ...Viktoria hat wahrscheinlich mich gespielt. Ich sollte sie gespielt haben. Es ist besser in meine Zimmer, bevor ich Warren finden finde. Also ich muss schon sagen, ähm, nee, ich glaube, dass wir das ganz gut gemacht haben so. Und dass die Max jetzt sogar ein Stein im Brett bei Victoria hat. Und das ist ja mal wirklich eine Überraschung bei allem, was wir bisher schon erlebt haben. Oh. Oh, wieder schon so eine schöne Musik. Hi, Courtney. Taylor ist ein Slave. Victoria ist going to be pissed, we took so long. Okay. Sehr cool, Leute. Ein sehr cooles Spiel. Anschlagbrett. Okay. HIV and AIDS aren't Justin Mischers on a poster. Ähm, lesen wir mal. HIV und AIDS sind nicht nur Initialien auf einem Poster. Dies sind ernsthafte, lebensbedrohliche Krankheiten und niemand ist immun gegen sie. Informiere dich jetzt für weitere Informationen. Choose health at choosehealthadmin.id Äh, Belohnung. Am 16. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria gestohlen, nachdem ich ihn am Tisch gelassen hatte. Darauf befinden sich unschätzbare Bilder meiner verstorbenen Katze. Also wäre ich für eine schnelle Rückgabe meiner Sachen und Katzenerinnerungen dankbar. Du hast meine Adresse. An die Schlampe, die meine French-U-Creme gestohlen hat. Das Zeug ist scheißteuer und ich brauche es gegen meine Akne. Ich weiß genau, wie es Haut schält. Und warte darauf, dass sich deine Haut aufklärt. Okay. Ah, da gibt's noch mehr. Ja, Miss Grant. Not sure if I will, though. I'm a loser. Oh. Lesen. Lass dich nicht von Big Brother beobachten. Bis Ende des Schuljahres könnte ein aufdringliches Überwachungssystem an der Blackwell-Akademie installiert werden. Mitglieder des Lehrkörpers und des Schulrates werden ein öffentliches Forum abhalten, um zu informieren und diese Angelegenheit zu diskutieren. Bitte kommt und widersetzt euch diesem Eindringen in eure Privatsphäre. 18. Oktober, 17 Uhr, Schülerzentrum, Aula. Okidoki. Okidoki. Dann Tafel. Taylor is a slave. Is this a vortex club or a victoria club initiation? Truly pathetic. Red room. Room 217. No way in hell am I ever going in here. Ok, keine Ahnung warum. Tafel. I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Lesen wir mal. Sei nicht ängstlich, sei bereit. Waffentraining für Jugendliche. Auch unter 21-Jährige können lernen, mit Waffen umzugehen. Ob AK oder... Zvrotovka. Sagt mir gar nichts. Ähm, wir trainieren mit perfekten Plastik-Nachbildungen, spaßig und sicher. Kommt für eine Demonstration bei unserem Bunker vorbei. Montag bis Samstag, 10 bis 17 Uhr, 174 Hemingway. Hemingway. Wie lustig. Ignoriert die großen Hunde. Jungs und Mädchen aus Blackwell erhalten einen Rabatt von 20%. Ok, die spinnen doch. Man, people here are merciless. Safe, not sorry. Sicherheit statt Reue. Egal wie sehr ihr einander mögt, ihr ein einziger Ausrutscher kann euer Leben verändern. Ihr habt die Wahl. Am Warten ist nichts auszusetzen. Für weitere Informationen besiegt please wait, Ausrufezeichen, at praisebjc.org. Graffiti, siehe Kates Video als Beweis. Wahr? Kannst du mich hören? Ja, das können wir alle. Bitte respektiere dein Stockwerk und deine Nachbarn. Sei im Flur leise nach 22 Uhr. Danke fürs Zuhören. Cool, ich finde das alles cool, was man hier sich so anschauen kann. Und deswegen genieße ich das jetzt alles auch so. Poster. Nice atmospheric shot. Needs dusting. Okay, aber schönes Reh. Mädchentoilette. At least that's an alarm from this century. Okay. Kann man hier noch was gucken? Da war vermissten Poster, oder? Klar, Rachel Amber. Wo geht's hier lang? Ah, showers open. Aber da wird gerade gewischt. Ansehen. Be allowed on campus. Sei wachsam auf dem Campus. Befolge diese Tipps für deine Sicherheit. Mach dir immer bewusst, wo du bist. Lass immer einen Freund wissen, wo du bist und wo du hingehst. Melde jeglichen Vorfall sofort der Campusverwaltung. Lade dir eine gratis Campus-Alarm-App herunter auf www.blackwellacademy.de. Ah, sorry. War zu früh. Na, komm. Could be fun. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Okay, Geek Girls. Buck Club. Buchklopfe der Geeks. Suche nach gelegenen Gleichgesinnten, um Autoren zu lesen und zu diskutieren. Ursula K. Le Guin, Robin Hobb, Neil Gaiman, Pierce Anthony, Terry Brooks, David Calvo, Marion Zimmer-Bradley und der übliche Scheiß mit fliegenden Drachen. Keine pubertären Zauberer oder Romane über Vampir-Emos erlaubt. Und keine Jungs. Kontakt brookess at blackwellacademy.de. Zum Verkauf. Dieses Fahrrad bringt dich überall hin. 20 Dollar Verlieferung, 5 Dollar, nein, 20 Dollar. Verlieferung, 5 Dollar mehr. Ja, Kontakt hier. Tyron 555 756 1896. Mhm. Und da geht es sogar noch weiter. Danke für den Vortex Club. Der Vortex Club. Bald danke für die Warnung, hat sie gesagt. Schön. Äh, gut. Vermissten Poster. Wieder die Rachel. Poster. They live. Okay. They live. Don't be a zombie. Sei kein Zombie. Es gibt einen Ort für deine, und eine Zeit für soziale Medien. Lass das Leben nicht an dir vorbeiziehen. Eine Nachricht der Clearhead Stiftung. Ja, muss man sagen, das ist ein guter Tipp, weil manchmal denkt man ja, dass die Medien, die sozialen Medien überall sind. Will bang for Jesus. Ha, ha, ha. Ansehen. Okay, this is just mean and stupid. Yes. Ach, das können wir wegwischen. Peace. Diese Tat wird Konsequenzen am Ansehen. Genau. Das Peace-Symbol. Gut, was haben wir hier? Die Tat wird Konsequenzen. Das ist like the public DNA of our dorm. Diese Tat wird Konsequenzen am, das war jetzt auch, aber gut. Lass dich nicht von der Depression unterkriegen. Wir alle sind mal traurig und allein. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, kannst du uns jederzeit anrufen. Tag und Nacht. Wir hören zu. Wir interessieren uns für dich. Wie überall klischeehaft, alle Nummern in den USA fangen mit 555 an. Verloren. Handy. Diamanthülle. Zuletzt auf der Vortex Club Party gesehen. Bitte bei den Fundsachen im Prescott Wohnheim abgeben. Danke. Statistiktutor gesucht. Hilfe. Fast ein Monat Statistik und ich verstehe immer noch nichts. Ist es Mathematik oder Philosophie mit Graphen? Hilfe. Zahle, wenn du mir eine 1 organisierst. Hilf mir. Courtney W. At Blackwell Academy. Ed. Meat is still murder. Oh no. Fleisch ist immer noch Mord. Tritt dem Veganer Club von Blackwell bei. Jeden Mittwoch bringt jeder etwas Veganes mit. 17 Uhr. Aufenthaltsraum. Und noch geht's weiter. Girls' Night Out. Halloween. Die Nacht des Terrors. Stream along to Halloween. Sick. Aha. Nightmares before Christmas. 16. Oktober. 19 Uhr. Aufenthaltsraum des Wohnheims. Alle zwei Monate. Jeder willkommen. Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, Leute, dass ich bei diesem Spiel so viel lesen darf. Aber es ist einfach nur cool. Oh, hier ist Max Zimmer. Aber ich schaue mich nochmal um. Hier kann ich wohl nicht rein. Be the change you wish to see, Gandhi. Oh, Victoria. Give me a fucking break. Ok. Das ist wohl Victorias Zimmer. Gegenüber von unserem. Na großartig. Poster. But what's this poster really trying to tell me? Dies ist dein Planet. Und wenn es darum geht, die Umwelt zu schützen, bist du der Boss. Die Entscheidung ist unsere. Also erhebe deine Stimme. Rettet die Erde. Das ist eine gute Frage, was uns dieses Poster sagen soll. Denn wenn man mal so rechts unten dieses Bild ansieht, was da hingeklebt wurde. Hm. Ok. Tafel. Pie. Aha. Warren sollte sich alles überbrücken. Sie sind perfekt für sich. Ok. Will sie da vielleicht jemanden verkuppeln oder so? Ihren Kumpel Warren. Ok. Max Zimmer. Was steht hier auf unserer Tafel? Zeichnen wir mal was. Aber was? Max. Obvious, but true. Nein, das will ich nicht machen. Ne, das lassen wir so. Ähm. Betreten. Aha. Oh. Ein Auge fehlt. Sehr cool. Home sweet home. My favorite cocoon. My favorite cocoon. Cool, dass wir jetzt in Max Zimmer sind. Oh, Wahnsinn. Was ist hier alle? No, oder? Oh. Eine Nachricht von Mama. Eine Nachricht von Mama. Hi Liebling. Dein Direktor hat mir eine E-Mail geschickt. Er sorgt sich um deine Einstellung und dein Verhalten, dass du nicht dorthin passt und dich in deinem Zimmer versteckst. Ich weiß, es ist hart, von zu Hause fort zu sein, selbst wenn du jetzt erwachsen bist. Aber du bist dort, um die Welt mit deiner Kamera zu verändern. Bitte ruf mich bald an, damit wir reden können. Wir vermissen dich. Schmatz. Mama. Ja, hat Konsequenzen gehabt, dieses Gespräch mit dem Direktor. Er hat unserer Mutter eine Nachricht geschickt. Ja, gut. Dann schauen wir uns mal im Spiegel an. Das sehe ich auch so. Du siehst nicht älter aus als 18. Mach mal ein Foto. Ein Foto, wie wir ein Foto machen. Sehr cool. Okay. Da sehen wir übrigens die Fotowand, die ihr auch auf meinem Thumbnail zu dem Spiel seht. Aber auf dem Thumbnail sieht es besser aus. Notiz. Warren left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Was ist, der kommt in unser Zimmer rein? An Max oder alle, die es interessiert. Der Filmmöscherinhalt dieses USB-Sticks ist von grausamer, lebensverändernder und kontroverser Natur. Diese Sammlung würde mir mit äußerster Sorgfalt und für den anspruchsvollen Zustauer heruntergeladen. Ich gratuliere. Was dieses SIC heißen soll, weiß ich nicht. Dir zu deinem Geschmack und erwarte mit Spannung deine Bewertung von Cannibal Holocaust und Ultra-Vixens. Peace, Warren G. Allerdings. So. Steckerleiste. Oh, ausschalten. Wieso ist das Licht eigentlich eingeschalten untertags? Ansehen. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. Sie hat sein Auge verschluckt. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Okay. Photo Memorial Wall. Ich finde das eine tolle Idee, das mit dem Polaroid an die Wand kleben. Ich finde das echt eine super Idee. Ähm, Kissen. So, wir legen uns mal ein bisschen aufs Bett. It feels so nice to just relax. This day has been so damn bizarre and it feels like it has gone on forever. Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this. Or like Poe said, a dream within a dream. Hm, ich finde das echt super, dass man ihre Gedanken da so hört. Jetzt stehen wir mal wieder auf. Ich finde das echt klasse, klasse, klasse gemacht. Wirklich. Ähm, ja, echt. Also ich kriege mich, ich kriege mich bei diesem Spiel gar nicht mehr ein, muss ich gestehen. Ähm, ich finde diese Max so sympathisch und diese ganze Machart, auch wenn das jetzt, in meinen Augen, man natürlich noch deutlich hochauflösender irgendwie machen könnte. Aber, also ich meine, die Figuren, die Personen sind so sehr hochauflösend, aber zum Beispiel die Bilder und Poster und so, die sind ja immer so ein bisschen, ja, schemenhaft. Ich finde das aber trotzdem so cool gemacht. Also, klasse, echt. Kunstbücher, die sehen wir uns mal an. Cartier-Bresson, Doineau, Hamilton, the greatest. Hi-Fi-Anlage. I should hit the thrift store and pick up some dollar vinyl. Is that too hipster? Is that too hipster? I don't care. Music inspires me in my photography. Ah, das kann ich verstehen. Musik ist ja auch Kunst, Fotografie eben auch. Ich schalte es mal ein. Sehr cool. Ja, Leute, und ich würde sagen, mit dieser sehr, sehr schönen Gitarrenmusik beenden wir diesen Part von Life is Strange. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch genauso gut wie mir und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also, bis dann. Ciao. Ciao.